Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Lootchest Unboxing. Heute geht es mal wieder daran, diese kleine Lootchest, die mir von lootchest.de zugeschickt wurde, auszupacken. Und diese Lootchest ist schwerer als die anderen. Die anderen, das weiß ich nämlich noch ganz genau, wogen 0,8 Kilogramm. Und diese Lootchest wiegt 1,5 Kilogramm. Ha! Die wiegt ein bisschen mehr. Aber ich muss da auch schon zugeben, ich hab einmal kurz reingeblitzelt. Es tut mir leid. Warum bist du eigentlich so scheiße? Es tut mir leid. Aber wenn man so eine dicke Box bekommt, dann möchte man da einfach einmal reinschauen. Und wir werden die jetzt natürlich auch gemeinsam öffnen. Und es ist jetzt natürlich Weihnachten und da kann man sich ja vielleicht sogar vorstellen, dass hier ein bisschen mehr drin ist. Hier ist auf jeden Fall auch wieder das Lootbook, denn das ist die Lootchest vom Dezember 2014. Und wir können ja mal einmal reingucken. Ne, ich will hier gar nicht reingucken. Ich will gar nicht wissen, was da so drin ist, denn ich will das ja mal selber entpacken. Und oh mein Gott, das sieht schon so saukool aus. Also erstmal haben wir hier eine gute alte Candy Bar. Oh yeah! Candy Bar! Und dann haben wir... Leute, guckt euch das mal bitte an. Wie cool ist das? Wie cool ist dieses Heft bitte? Das ist... Das ist so ein Heft, wo vorne so ganz viele Comics drauf sind von Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man, Hulk, Fantastic Four, X-Men, Silver Surfer. Hier ist alles mögliche drauf. Und Heilige sieht das cool aus. Also das ist schon mal ziemlich, ziemlich cool. Dann haben wir hier... Was ist das? Shower Gel, Face Wash Shave Gel. Wie cool ist das denn? Ich habe... Meine Damen und Herren, wer kann von sich behaupten, dass er von Thor, Hulk, Iron Man und Captain America Duschgel hat. Und Creme, um sich zu rasieren. Und was weiß ich nicht. Wie cool ist das denn? Also ich habe jetzt auf jeden Fall Kosmetikprodukte von quasi fast allen Avengers. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und hier haben wir ein... Ups, ein T-Shirt. Time Traveler. Und das T-Shirt verarscht mich. Der ist schon wieder in XXL, ne? Warum kriege ich T-Shirts eigentlich immer in XXL? Lucious, meint ihr eigentlich, ich bin fett? Ich meine, darin kann ich immer schlafen. Das ist voll cool, das T-Shirt. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht anziehen, weil ich darin aussehe, als hätte ich ein Zelt an. Auf dem T-Shirt ist auf jeden Fall Back to the Future Marty McFly drauf. Und da steht Time Traveler. Das ist schon mal ziemlich cool. Auch wenn die Farbe... Ja, dieses Blaue gefällt mir nicht ganz so unbedingt. Aber mit dem Kontrast zu diesem, ja, Rosé bis zu, ja, Royal Blush Rot, wie man bei den Nikes sagen würde. Da gibt es nämlich so ein Royal Blush, so heißt das. Hier haben wir einmal jetzt noch einen von Rocket Raccoon, von dem Raketen-Waschbär von Guardians of the Galaxy. Da haben wir noch einen Sticker, was ziemlich cool ist. Surprise! Happy Unboxing! Das ist auch cool, was da drauf ist. Und wir haben hier eine Autogrammkarte. Worlds may change, galaxies disintegrate, but a woman always remains a woman. Danke für diese weisen Worte, James T. Kirk. Herzlichen Dank dafür. Jetzt können wir auch mal in das Lootbook gucken, was hier sonst noch alles so drin sein. Kon-hette-kon-bib-bib-bib-bib. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall. Hier ist ein Back to the Future Shirt drin. Ein Marvel-Notebook, eine Star Trek-Karte, ein Rocket Raccoon-Sticker, ein Christmas Candy Cane, ein Marvel Comics Travel Set. Wie cool das ist. Und wir haben ein Star Wars X-Mas-Plüsch-Teil. Das ist aber extra, also das kann man da plus dazu kriegen. Das haben wir jetzt nicht. Aber sieht trotzdem cool aus. Also da hätte man so einen Darth Vader oder so einen Yoda haben können. Und übrigens, hier steht auch nochmal drunter, die sind anscheinend auf visitrocketbeans.tv. Die sponsern dir aus. Was ich ziemlich cool finde. Also Rocket Beans TV, das sind die Jungs von damals Game One. Da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Denn die Jungs haben es immer noch ultra drauf. Und haben letztens erst zu einer Spendenaktion aufgerufen. Und am 15. Januar startet ihr Livestream. Wir machen 24-7-Nerd-Kram. Also ihr habt dann quasi einen Internet-Live-Sender für Game News und Game Spiele und Let's Plays. Und was weiß ich nicht alles. Deswegen, Rocket Beans solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und das war es zu der Lootchest im Dezember 2014. Die nächste Lootchest kommt bestimmt, nämlich im Januar. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Unboxing dieser Lootchest. Falls ja, lasst dem Video noch eine positive Bewertung da. Schaut auch selber mal bei Lootchest.de vorbei. Ich bin Little Confused Brain. Oder einfach nur Yannick. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Brain. Mit Yannick. Brrrr.